Hallo zusammen! Nach all diesen vielen Videos Out-of-Woche wird es euch jetzt mal Zeit, dass wir wissen, wo wir eigentlich bei der alten Burg Garage sind. Nämlich bei dem Stefan, das ist dein Zuhause zu sagen. Das ist richtig, da bin ich ja fast mehr als zuhause. Genau! Und jetzt sind wir hier? Jetzt sind wir hier auf unserem Okkursionsplatz. Bis dahin hast du ja vor allem unsere Neuwagen gesehen. So ist es. Aber wir haben auch viele Okkursionen und das haben wir euch mal zeigen. Sehr gut! Und jetzt gehen wir aber auch mal einen kleinen, oder? Ja, gerne. Wieso habe ich hier noch mal nicht filmen? Ja. Ist auch mega schön, oder? Das ist ja so. Aber hier läuft immer viel, oder? Das sind ja Kunden und alle. Das ist unser Herzstück, kann man sagen. Da treffen sich unsere Kunden. Da warten auf die Arbeit. Das ist neu, oder? Ja. Wir haben jetzt auch das neue SEAT-Showroom-Konzept umgesetzt. Cool! Ich kenne sie jetzt, weisst du? Ja, das ist ja so. Ja. Service-Annamen hast du gesagt. Genau. Also wenn ich jetzt etwas habe, gehe ich dort rüber. Genau. Gehen wir das gleich mal rüber rein. Er ist am Whatsappen. Ja, das bin ich. Und zwar geschafft. Dann kann ich dir jetzt mal schreiben, wenn mein SEAT ein Bubo hat. Per Whatsapp. Whatsapp und Online-Terminkalender. Auf unserer Homepage bist du? Ja. Kannst du auf Online-Terminkalender. Tag. Ah, das ist aber voll cool. Und dann kannst du dein Kontrolleschild eingeben, Namen und Adresse. Und dann bist du schon registriert bei uns als Kundin. Und dann kannst du deinen Termin wählen. Sehr cool. Ja. Aber weisst du, was ich noch mal gesehen? Nein. Wo der Chef arbeitet. Ah. Ich gehe mal hier auf den Chefs-Testel hin. Also. Ja, das wäre mein Büro. So fühlen wir dich also. Genau. Als Big Boss der alten Borrgarage. So, Sarah. Ja, wo sind wir da? Ich zeige dir jetzt unsere neueste Errungenschaft. Und zwar, das ist unsere neue Achsvermessung. Da könnten wir zum Beispiel auch dieses Auto, das es sicher auch wieder nötig hätte, die Spurrichtung einstellen. Oh ja. Und vor allem, was ganz lässig ist, alle Assistenzsysteme können wir hier assistieren. Das ist ganz neu. Der Roni ist da gerade an einem Auto dran. Das ist ganz neu. Und das ist wirklich auch eine sehr diffiziere Hightech-Sache. Mit Laser. Wenn dein Auto zu uns in die Verscha kommt, für einen Service oder Frontscheibenwechsel oder sonst etwas, was wir in deinem Auto machen dürfen, landet das hier auf einem von diesen schönen Liften. Und für den Radwechsel, das machen wir den Stock tiefer. Da gehen wir jetzt oben runter. So, da wären wir gelandet in unserer Abteilung, wo wir einen Stock tiefer haben. Wo alles um Rädchen geht. Genau. Da gehen wir jetzt in der Radwechselzeit die Rädchen wechseln, wie jetzt an deinem Auto. Genau. Ja. Wenn wir sie gewechselt haben, laden wir sie ein. Ich zeig dir gerne mal unser Räderhotel. Rundgang beendet, oder? Ja, wir haben jetzt vieles gesehen. Nicht ganz alles, aber doch einiges. Aber ich würde sagen, für einen Werberundgang hast du dir das ganz, ganz toll gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu steif übergekommen. Nein, es ist wirklich super gemacht. Als Moderator für einen Werbespot könnte ich dich sehr gut innen. Super, danke dir mal. Fantastisch. Ja. Wir sehen uns bald wieder, oder? Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank für den Einsatz. Ich danke dir. Auch in der Woche kommt bald wieder, hoffentlich. Genau, richtig. Next. Tschüss.